In einer Bank in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky hat ein 25 Jahre alter Mann das Feuer eröffnet und fünf Menschen getötet. Acht weitere wurden verletzt, der Angreifer filmte seine Tat und übertrug sie ins Internet. Die Behörden versuchen derzeit die Bilder zu löschen. Wir verzichten aus Respekt vor den Opfern, darauf sie zu zeigen. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei starb der Mann noch am Tatort, er war früher selbst bei der Bank beschäftigt, sein Motiv ist derzeit noch unklar. Die Überlegung von Oppenstechnik Die Überlegung von Oppenstechnik Untertitelung des ZDF, 2020